Hey Leute, hier ist Wallowizard zusammen mit Fleddy und wir spielen heute Mortal Kombat 9 anstatt Mortal Kombat 3, denn Mortal Kombat 3 ist mir zu alt. Ja, wir machen Best of 5 und ich weiß genau wie das hier funktioniert. Ich wollte es sagen, es war ganz komisch. Ja, ja genau, das war wieder Blödsinn, aber wir machen 1 vs 1. Best of 5, es steht 2 zu 0 für Fleddy, ich muss also richtig, ich muss jetzt richtig reinhauen. Ich will das hier ganz locker nach Hause holen, wie immer. Ja, ihr wisst wie schlecht er spielt, den nehme ich. Also ich beginne, ich versuche mal was ganz anderes, ich beginne mit Sende. Ja, ich habe jetzt natürlich den genommen, den ich immer nehme. Das ist der Fehler. Ja, vielleicht hätte ich auch mal erst mal Punkte holen sollen, oder? Punkte? Das ist übrigens die Xbox 360 Version, für die, die es interessiert. Xbox ist besser. Ja, das haben wir dahingestellt. Das fällt mir am besten. So, Round 1. Ach, das nehme ich doch nie. So, ich habe keine Ahnung, wie das mit der geht. Oh, fuck. Wie geht nochmal das Special, Alter? Ja, wie geht das wohl? Wie in jedem Spiel? Ja, jetzt habe ich Angst. Wusstest nicht. Ich kann nicht mal blocken irgendwie. Wieso scheiß schießen? Das hasse. Wie habe ich so vor, hier so combo-mäßig wie bei Marvel vs. Capcom zu spielen, aber es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Boah, wir können das gar nicht, ich meine, das ist peinlich. Ach, also, ich finde das geht. Ich nicht. Ich finde das ja, wie vom Hersteller vorgesehen. Ja, das sowieso. Kein Wave Dash hier. Gibt's das hier überhaupt? Ich weiß nicht, wann wie die Spezialattage geht. Ach ja. Oh shit. Oh Gott, das wird die erste Runde, die ich verkacke. Nein. Aber danach weiß ich nicht, wie ich nehmen soll, Chris. Ich kenne deinen Namen jetzt übrigens. Ich weiß, ich habe es gelesen, das fand ich nicht so cool. Oh, das ist doch scheißegal. Jetzt kannst du mich mal. Ey. Ich muss mir Mühe geben hier. Was ist denn los? Oh Mann, der kommt von der anderen Seite. Das hast du denn gedacht? Das war aber nur offensichtlich, was ich jetzt mache. Ja, das habe ich mir auch gedacht, nur... dachte ich irgendwie... Was ist das? Was ist das? Oh, oh, ich sehe die Chance. Ich sehe die Chance kommen. Wester5 wird vielleicht lange. Oh ja. Wie oft muss man gewinnen? Zweimal, dreimal in der Brunnen? Dreimal muss man gewinnen bei Wester5. Was sagt der Name? Blocken irgendwie nie, ne? Ne. Nichts hast dir. Nein, das war scheiße. Oh, das war absoluter Mist. Oh Gott, immer diese Kackattack. Aber das Gute ist, er kann den nicht mehr nehmen. Und jetzt hat er keine Ahnung, was er tun soll. Ich habe erst mal gewonnen. Ich muss noch zweimal gewinnen und dann habe ich es hinter mir. Schauen wir mal. Ich habe schon eine Idee, ich bin mit einem anderen Roboter. Mal gucken, was er kann. Nein, nein, so einfach machst du dir das nicht. Ne? Nein. Scheiße. Ja, komm. War klar. Ich weiß ganz genau, was du vorhast. Wir kommen jetzt zu nah am Mikro. Nein, zu weit nach vorne geborgt, dass er eigentlich nicht mehr ins Mikro redet, sondern daneben her. Zum Fernseher spricht. Aber das versteht der Junge einfach nicht. Nein. Ist auch ziemlich schwierig. Jetzt nach dreimal. Beim dritten Mal hat er es immer noch nicht begriffen. Und ich jetzt wüsste, wie das alles geht. Ja, hier wird dich nochmal. Guck jetzt. Nein. Das ist Live-Action. Wie schlagt der Raab? Da kann alles passieren. Schädel-Basel-Bruch. Oh Gott. Ich habe keinen Plan, was ich jetzt mache. Ich habe keinen Plan, was ich... Scheiße. Hör mal auf jetzt. Wie block ich denn? Ich block die ganze Zeit. Der blockt gar nicht. Ach, der... Wie block man? Der hat es rausgefunden. Neu. Sag mir, wie block man? Nein, sag ich dir bestimmt nicht. Find es raus oder stirb. Der Redefluss-Stock. Der Redefluss-Stock. Oh ja, ich war gerade total konzentriert. Das ist mein Problem. Hilfe. Ich dachte, man drückt einfach nach hinten. Ich dachte, man drückt einfach nach hinten. Das ist natürlich Blödsinn, wie wir alle wissen. Das ist natürlich blöd, wenn ich jetzt nicht weiß, wie man blockt. Das ist natürlich total unfair. Das ist überhaupt nicht unfair, weil ich habe es einfach rausgefunden. Wenn du nicht total bescheuert wärst, würde ich es auch rausfinden. Das Gute ist, ich brauche gar nicht blocken. Das ist das Gute dabei. Ich gewinne einfach Sau. Ich kann die Tricks nicht. Ich will die Tricks wissen. Er muss irgendwas können, auf irgendeinem Knopf. Das gibt es auch gar nicht. Ah, cool. Was hat der jetzt vor? Ich weiß es. Oh mein Gott, ey. Das klappt einfach überhaupt nicht. Scheiße, das war ein Dreier. Oh Gott, das wird ein 3 zu 0. Beziehungsweise, das wird ein 3 zu 0 im Spiel. Und das wird ein 3 zu 0. Ach ja. Ja, ich kann es nicht. Aber ist egal. Du kannst doch viel weniger. Ich finde das witzig. Ich würde sagen, vielleicht die 3 zu 0, ne? Ich würde sagen, denkt euch mal eine gute Bestrafung aus. Weil es dauert nicht mehr lange. Scheint nicht mehr lange zu dauern. Und ich habe auch schon ein paar gute Ideen. Und das wird einfach sehr witzig. Wen nehme ich jetzt? Ich habe doch gerade einen. Wo ist er denn? Bin ich blind? Du willst ja also deine Hauptperson aussparen. Wer ist meine Hauptperson? Smoke? Ach, scheiße. Ja, dafür ist es leider zu spät. Ich werde verlieren jetzt. Jetzt werde ich erst stück. Sehr ganz nice. Das wäre geholfen, ich weiß nicht, was ich übermacht. Ich einfach nie zuerst schlagen kann. Das Blut stört mich gerade. Der ist so lahmarschig. Brenz mich mal. Jetzt gewinne ich. Die Runde gewinne ich. Nein! Das darf man nicht blocken. Oh, das darf man nicht blocken. Oh Gott. Oh, das darf einfach nicht wahr sein. Oh Gott, spüren wir da schlecht. Hau, ne? Das ist unfassbar, wie schlecht. Wir können nur die gleichen Sachen. Wie schlecht wir diese sind. Und nicht mal die können wir richtig. Ich kann nicht mal blocken, Alter. Ich meine, ganz im Ernst, ey. Ich kann nicht blocken, Alter. Das ist richtig... Oh, das kackt doch einfach ab. Okay, das ist aber egal. Das schaffe ich noch. Jetzt kommt mein... Mein Spezialer, okay? Mein Comeback kommt. Ich seh da nichts dran. Ich find jetzt... Wir haben blockt. Oh, den haben wir. Den haben wir, Leute. Den haben wir. Die kriegen wir da. Den kriegen wir da unten. Machen wir da seinen ersten Punkt? Nein. Das ist unfassbar. Wieso komm ich da einfach nicht zwischen? Ich komm da nicht zwischen. Boah, das macht gar keinen Spaß dieses Spiel. Das ist echt das Beschissenste, das wir bis jetzt im Spiel haben. Das Besten war bei mir heute. Das war am ostlichsten, ne? Ich blocke, will danach sofort angreifen, aber... Ich komm nie durch. Oh. Boah, Gott sei Dank. Das wär's ja jetzt gewesen. Man darf nie als erstes angreifen. Was ist der Fehler? Nein! Oh, wenn ich wüsste, wir haben blockt! Ich hab's geschafft. Oh, ich muss nochmal gewinnen. Verdammt. Und dann nochmal. Das wird so verdammt lang. Ich gewinn ja jetzt. Keine Angst. Immer... Ich wüsste, wir haben blockt. Jetzt ist es mal ganz im Ernst. Jetzt lass ich mal kurz in Ruhe. Probier die Knöpfe einfach aus, so wie ich. Oh, okay. Ja, das machst du jetzt. Das machst du jetzt. Ich darf nur weniger blocken, mehr spielen. Ja, ganz genau. Verflucht. Oh, mach doch die Knöpfe, die ich will. Drück sie doch einfach, dann kommen auch die Knöpfe, die du willst. Ich hab meine Sachen. Nicht in die Enge drängen lassen. Nein. Ja. Oh, Gott sei Dank. Oh, das hab ich gar nicht gesehen. Oh, ich wusste, das wäre so eine Kacke, Mann. Und da kommt noch eine Runde dazu. Huh. Ah, es wird episch. Ich glaub nicht. Ich glaub, ich gewinn jetzt, ja. Immerhin ist es nicht zu null. Du musst jetzt den neuen Kämpfer auswählen sagen. Muss ich? Musst du. Weil du verloren hast. Ich muss jemanden schnell nehmen. Ja, wen denn? Ja, ich hab keinen Plan, Mann. Hab ich gerade einen Replay gesehen. Sah ganz gut aus. Oh, Gott. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich brich die Angst. Puh. Fühlt spannend. Könnt ihr spannend werden heute? Vielleicht auch nicht. Nein. Ich hätte üben sollen vorher. Ich hab gewusst, dass ich hätte üben sollen. Ich hatte keinen Bock. Ich hatte doch keinen Bock. Ich hatte doch keinen Bock. Ich hatte doch keinen Bock. mehr gefunden. Meine Güte. Können die überhaupt irgendwas auf irgendwelchen Knöpfen, ey? Das ist ein bisschen schwieriger. Man muss dreimal hinten oder so drücken oder nach vorne. Ja, was ist das? Und vielleicht auch mal nach oben, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Scheiße, ich muss mal wieder... Das will es nicht machen. Weder in der Runde noch insgesamt. Oh, Gott. Wenn ich wüsste, Biddy das wenigstens lachen. Herrlich. Herrlich ist das. Herrlich. 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 Oh, oh. Ja. Das ist ja auf mich. Du hast ja nicht von was passiert, ne? Ich weiß ja nicht von was. Das ist das Problem. Weiß nicht, ob die was über das Bild schlagen können? Irgendwas schießen? So wird das gemacht. So. Jetzt gewinne ich. Nee, ich hab dich getroffen. Ganz übel Fehler im Spiel. Und hier geht's jetzt rund. Oh, du wüsst. Boah, hast du gesehen? Wie gut ich bin. Biss nicht, Mann. Ich weiß. Aber wir spielen hier nun mal keinen Xenoblade Chronicles. Wir spielen hier einen Kontaktsport. Es war gut hier. Das gibt's nicht. Das darf aber nicht wahr sein. Ich finde das jetzt nur fair, wenn ich jetzt gewinne. Yeah. Und dann ist es erledigt. Hä? Was hast du für kurze Arme, die die hat? Du bist tot. Komm. Was hast du für kurze Arme, die die hat? Oh Gott, nein! 3-0 für Fleddy. Das wird eine ganz lockere Season hier. Die erste Season wird zu Null. Ich würd sagen, wir losen diesmal nicht aus. Ich würd sagen, jetzt sind wir einfach im Spiel, wo wir sagen... Nein, die losen aus. Hat doch keinen Sinn. Hat doch keinen Sinn. Hat doch keinen Sinn hier. Du bist doch in jedem Spiel. Scheiße. Okay, ich mach die Augen zu. Wir schonmal durch. Der Redeplus war jetzt etwas lahm, aber nur weil wir uns konzentrieren mussten. Es ging eigentlich. War doch okay am Ende. Jetzt kommen sie dann noch ein Spiel, wo ich ganz genau weiß... ...das wird gut. Ich weiß, dass du vorlesen kannst. Komm schon. Oh, das kann wirklich jeder gewinnen. Ah. Also gewinn ich. Bomberman. Ja, gut. Du hast Angst, ne? Ja, ich hab ein bisschen Angst. Gut, Leute. Beim nächsten Mal... Spielen wir ein bisschen Bomberman. Ein bisschen Bomberman. Ein bisschen Spaß, ne? Spaß in den Backen haben wir da. Ich würd sagen... Bis dann. Und tschau.